mit tatiana gut zu russland zum beispiel jelena grudno war sie hat ein bisschen warten müssen bis das alles mit der wertung richtig auf der reihe lagen ist sie dran die 15 jährige spanierin hierzu sehen ob sie da außerhalb der bootmatte war Ich wünsche mich für den Auftakt. Ja, Dreifachschraube. Eine Übung, sehr extravagant, mit sehr vielen gymnastischen Verbindungen, die Spaß gemacht haben zum Anschauen und auch mit der notwendigen Akrobatik. Noch einmal die Zeitluppen. Tja, und eine verdient gute Wertung für die Steinerin Roller mit 9,650 Punkten. Für eine sehr ausgewogene Übung und für eine Übung mit sehr vielen...